Frauenräume müssen sein! Frauenräume müssen sein! Frauenräume müssen sein! Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz muss sein! Frauenräume müssen sein! Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz kommt rein! Frauenräume müssen sein! Frauenräume müssen sein! Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz kommt rein! Ihr habt's alle gehört, oder? Frauenräume müssen sein! Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz kommt rein! Nein, Mama Mia, was ist noch aus in diesem Land? Hallo und herzlich willkommen zur Transpodcast. Mein Name ist Julian Adrath. Auf der Website des Erzbistum Berlins sind Ansprechpartner in 17 Vereinen und der Studierendengemeinde erschienen, um korrekt zu sein, Ansprechpartner innen. Lese ich von Cartnet aus meinem Kommentar von, ähm, Moment, vorgestern, vorgestern ging das auch online. Das Ganze unter dem Link, queersensible Seelsorger, ein queersensibler Seelsorger ist so etwas wie der hohe Berichter des Vogue-Kults auf Katholisch, frei übersetzt. Noch vor drei Monaten gab es in Deutschland nur zwei Bistüme, die sich mit queersensible Pastoral schmückten, Mainz und Augsburg. Vielleicht waren es mehr? Sicher weiß ich. Im Bistum Mainz waren es zwei Ansprechpartner, eine Frau und ein Mann. In einem Beitrag vom 30. März auf Cartnet habe ich diesbezüglich von drohender spiritueller Apartheid gesprochen. Nicht mehr nach Hautfarbe würde geschieden, sondern nach gefühlter sexueller Identität. Ich schrieb, wenn einmal in Berlin ein queersensibler Seelsorger eingeführt würde, würde ich einen Kasten lokal gebrautes Queer-Bier vorbeibringen. Das Bier gibt es wirklich. Aber in Berlin hat man auf eine Feier verzichtet. Unsere Spezialseelsorger wurden auch nicht, wie in Mainz, in einem Festgottesdienst vom Bischof ernannt. Sie wurden schlicht online gestellt. Dafür aber eine Menge. Insgesamt sind es 21 Personen. Es hätte eine Menge Queer-Bier gebraucht. Nochmal Schwein gehabt. Weiter heißt es, für alle Menschen gibt es Ansprechpersonen in den Vereinen und doch immer mehr SeelsorgerInnen, die sich in besonderer Weise als queersensibel verstehen. Nietzsche hätte sich gefreut. Wer fällt den Stoße? Wie lange werden Sie online bleiben? In zwei Jahren, fünf Jahren, bis auch hierzulande Geschlechtsumwandlungen von Minderjährigen verboten werden. Helmut Dieser, der Bischof von Aachen, sah sich nicht in der Lage, mit Kardinal Woelki einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Warum? Kürzeste Antwort, weil Woelki katholisch ist. Man muss sich das konkret vor Augen halten. Weil Kardinal Woelki glaubt, dass es zwei Geschlechter gibt, fühlen sich Menschen derart angegriffen, dass Protestgeschrei, vielleicht Schlimmeres, während der Messe zu erwarten wäre. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Pfarrer in Köln, der sagt, was schreiben Sie da? Das ist doch nicht der Grund, weshalb Woelki ausgeladen wurde. Aber sind wir ehrlich? Und Hand aufs Herz? Und ja, jeder, der ehrlich ist, wird das bestätigen. Angenommen, Woelki würde sich dem Vogue-Kult anschließen. Angenommen, Woelki würde sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter, mehr als männlich und weiblich. Angenommen, Woelki würde homosexuelle Paare segnen. Glaubt doch niemand, dass dann dort Hundertschaften drohen würden, die Messe zu stören. Oder? Sind wir mal ehrlich. Ja, mal ehrlich, genau, habe ich geschrieben, geht's weiter. Gäbe es etwas Vergleichbares. Von rechts gäbe es ein Szenario, wo man Tumult und vielleicht Gewalt von Seiten, in Anführungszeichen, rechter Katholiken erwarten müsste und ein, in Anführungszeichen, linker Bischof seiner Teilnahme an einer Messe absagen würde. Rechts und links benutze ich der Einfachheit halber. Aber man sehe mir das bitte nach. Übrigens soll das kein primitiver Wort ab Autism sein, der sowieso immer am Herz unseres Glaubens zerschellt. Dort sitzt Jesus, isst und trinkt mit seinem Mörder, mit dem, der ihn an den Tod verrät. Vor diesem Hintergrund ist es ziemlich erschütternd. Eine Mahlsgemeinschaft zweier deutscher Bischöfe ist nicht mehr möglich, weil Menschen nicht ertragen, dass der eine glaubt, dass seine Verbindung von Mann und Frau etwas Besonderes ist. Klar ist, ein Mensch, der sich weder als Mann noch als Frau versteht und sich als Christ, als Mensch, als Kind Gottes von einem glottalen Blossivlaut angesprochen fühlt, mit Verlaub, ist ein Fall für die Couch. Positiv gewendet könnte man queer-sensibel verstehen, als Label für jemanden, der um diese Problematik weiß. Dann kann er oder sie viel Gutes bewirken. Und ich habe auch in einer Nachricht eines befreundeten Pfarrers die Nachricht bekommen, dass unter also diesen Adressen, die ich jetzt hier angeschrieben habe, sich auch Priester befinden. Einer wird genannt, der also lieber diese Thematik selbst in der Hand hält, obwohl er dem Vogue-Kult nicht angehört und diesen kritisch sieht. Also dem Aufruf auf der Webseite, sprechen Sie sie an, komme ich hiermit nach. Alle 21 erhalten folgende Mail, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr. Eine Freundin hat mir auf Instagram die Story des Erzbistolen Berlins geschickt. Darüber bin ich auf die queer-sensible Pastoral gestoßen und auf ihren Namen. Eine Möglichkeit zum Gespräch mit Ihnen würde mich außerordentlich freuen, gerne mit einigen queer-Seelsorgern zusammen. Mich interessieren insbesondere drei Fragen. Glauben Sie, dass es noch andere Geschlechter als männlich und weiblich gibt. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass ein Mann wirklich eine Frau wird und umgekehrt. Wissen Sie, dass ein Teenager, der den Weg an der Geschlechtsumwandlung, in Anführungszeichen, ja, Geschlechtsumwandlung beschreitet, nicht nur sterilisiert wird, sondern auch ein Leben lang medizinisch betreut werden muss. Herzliche Grüße aus Berlin-Mitte, Julian Adrat-Pess. Diese Mail geht als offener Brief an alle queer-Seelsorger in Berlin. Ja, mal schauen, ob sich jemand meldet. Bisher nicht. Die Mail ist also zwei Tage alt. Und, ja, nee, eine direkte Reaktion gibt es bisher nicht. Tatsächlich, genau, noch eine weitere Person. Oder waren es mehrere? Nee, es gab noch eine Nachricht einer, ebenfalls eines, nee, nicht Pfarrers, eines Herrn, der aber nicht in diesen Namen auch auftaucht, der mich gefragt hat, hey, was soll das? Und, ja, spannend auch vor dem Hintergrund jetzt, ne, 500.000, eine halbe Million Kirchenaustritte 2021, ein neuer Rekord. Und die Leute glauben das wirklich, ja, also dieser Herr zum Beispiel, der glaubt das wirklich. Der glaubt wirklich, dass wir jetzt zum Beispiel über Queer-Seelsorger den Mitgliederschwund aufhalten. Er glaubt, dass über eine Ideologie, die er selbst, ja, in seiner ganz modernen Fassung noch gar nicht kennt, ja, ist ja, glaube ich, aktuell ist das LGBTIQ, äh, und jetzt gibt es ein Plus, sehr klar, sowieso, und jetzt noch ein SS, Same Spirit, irgendwie, ich weiß auch noch gar nicht, was das bedeuten soll. Alles, was ich sagen will, ist, es ist ein Kult, der sich so schnell, rasend schnell entwickelt und verändert, dass auch die fanatischsten Anhänger da gar nicht hinterher kommen, aber die also glauben. Ja, die glauben, die Kirche habe diese Menschen so schrecklich behandelt, so schrecklich verletzt, dass sie also dementsprechend austreten, Menschen austreten. Ich weiß es nicht, in welcher Welt, natürlich schrecklich. Ich war das Wochenende im Rheingau, äh, nicht das Wochenende, jetzt die Woche, im Rheingau zu einem Priesterjubiläum und unglaublich, unglaublich. Ich meine, ähm, ja, es gibt so viele tolle Priester. Natürlich ist es die Hölle, wenn ein Mensch keinen tollen Priester kennt. Aber es gibt so viele tolle Priester. Und, ja, aber hören wir jetzt eigentlich mal, genau, ich wollte hier auf Twitter lese ich. 20 Lesben gingen in Berlin auf die Straße, weil sie keinen Sex mit Männern haben wollten. Die Reaktion, ein Mob von 200 Transaktivisten formiert sich und versucht, die Frauen anzugreifen. Was im Namen der Diversität gerade passiert, ist einfach unbegreiflich. Also Stichwort Kirche ist böse zu denen, die alle zwei Wochen ihren Namen wechseln. Am Savini-Platz haben sich am Freitag unter dem Motto The Real Dyke March circa 20 Lesben versammelt. Ihre Forderung, sie wollen keine Männer in ihren lesbischen Frauen zu steuern. Und nur Frauen können Lesben sein. Wir sind nicht queer, weil wir uns nicht in einer Community sehen mit besagten Männern und mit Queer-Theoretikern, deren Ziel es ist, den sexuellen Imperialismus der Männer in der Gesellschaft durchzusetzen. Den sexuellen Imperialismus der Männer in der Gesellschaft durchzusetzen. In dem Kontext kann man dem natürlich zustimmen. Aber hören wir mal weiter. Eigentlich sind diese Forderungen eine Selbstverständlichkeit. Doch gegenüber formierte sich unter dem Motto Törs stören ein Gegenzutest mit knapp 200 Transaktivisten. Die Stimmung ist aggressiv. Also wir sind jetzt hier auf dem Lesbenmarsch. Die Lesben demonstrieren dafür, dass sie keine Männer in ihren Schutzschulden haben wollen. Und wir sind jetzt gerade hier. Also es gibt 20 Lesben. Und hier auf der Gegenseite über 200 Egen haben uns zwei, die uns einkesseln. Die Polizei schickt uns weg, weil sie Angst haben, dass wir täglich angeknüpfen werden. Deswegen gehen wir jetzt zurück zu den Letzten, die einfach nur sagen, dass Frauen keinen Penis haben. Und machen dort weiter. Ja, ich hab jetzt auch mal genug geredet. Tschüss. Ja, sind die. Wer hätte das gedacht? Ich meine, ich fände es auch interessant zu wissen, was ein Queersensibler-Seelsorger-Datschus sagen würde. Angenommen, ein Schwarzer mit Vollbart, der sich als Frau versteht, rollt sich beim Queersensibler-Seelsorger die Augen aus, weil die Lesben ihn nicht in ihren Club lassen. Man darf nicht lachen. Man darf nicht lachen. Alles möglich. Alles möglich. Beinharte. Beinharte Realität. Aber man hat es sich nicht ausdenken können, oder? Und selbst hartgesottene. Selbst hartgesottene Menschen, die den Kram verfolgen. Ich zähle mich dazu. Wer hätte denn ahnen können, dass Homophobie gewaltsam praktiziert. Von Deutschen, das sind ja keine muslimischen Teams, die hier über Lesben oder CSD-Teilnehmer innen herfallen. Das sind Bio-Deutsche, das sind echte Kartoffeln. Ich meine, natürlich ist es schwer unter dem Schleier des Vogue-Kults noch den Deutschen zu erkennen. Genauso wenig, wie man den Franzosen oder den Amerikaner darunter erkennen kann. Aber wer hätte das gedacht? Was Dracula für Frankenstein ist, ist der Queer-Kult für den Homokult. Man kann sich ja das an den Zahlen klar machen. 20 lesbische Frauen, die sagen, eine Lesbe, eine Frau hat keinen Penis, begegnen. Denen gegenüber steht die zehnfache Menge an Protestierenden, die sagen, ihr habt ja nicht mal alle. Und wäre die Polizei nicht, würden die die verprügeln. Die zehnfache Menge. Da laufen natürlich die Vogue-Kult-Hörigen, da sind ja nicht nur diese ganzen nicht-binären, sonst was gearteten LGBTQX, SS dabei. Sondern das ist der Vogue-Kult, der sich ja eben auch heterosexuelle Menschen befällt. So wie der Homokult heterosexuelle Menschen befällt. Heterosexuelle Menschen, die zu Hunderttausenden auf den CSD-Märschen mitmarschieren. Die also werden nun vom Vogue-Kult hin zu Lesben-Hass angestrahlt. Los, hier ist eure heimischen Demo, verpflichtet euch. Ciao. Hört auf, dass niemand will sich mit euch abgeben. Versteht ihr? 30 Leute stehen hier rum. Ihr kommt nicht mehr von der Stelle. Es ist einfach Ciao. 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 Aus der Vergangenheit wissen wir, dass es eskaliert, sagt der Polizist zu den Lesben. und bittet sie quasi, naja, ihre Demo aufzulösen, weiterzugehen, wegzugehen. Frauenräume müssen sein. Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz, muss sein. Frauenräume müssen sein. Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz, kommt rein. Frauenräume müssen sein. Kein Typ, kein Trans, kein Schwanz, muss sein. Ihr habt alle gehört, oder? Frauenräume, was ist in diesem Land, auf diesem Planeten, muss man sagen. Frauenräume müssen sein. Immer wieder tauchen Gruppen mit vermummten Tanzaktivisten auf. Sie versuchen auf die Stauern loszugehen, werden aber jedes Mal von der Polizei abgeführt. Und natürlich alle verstecken sich hinter FFP2. Der säkulare Extremist glaubt, dass eine Frau einen Penis hat, so wie er seine Hasenpfote, die er mit sich führt, sein Talisman, unter der er auch seine Identität verschleiert, ist die FFP2. 20 gegen 200. Es bleibt wirklich spannend. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.